Hallo meine Freunde Ja, Last Game Failed Nun OP Jungler mit den OP Jungle Items In the Jungle Und unser Torti ist diesmal als Jörg 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 Marek Jörg Marek Jörg Mal gucken Wie viel Lifestyle ich jetzt so habe Weil der hat ja so noch 5% Eigentlich brauchst du ja gar keine Hilfe, oder? Nö Haben die das jetzt rausgenommen? Der hat doch... 30 Sekunden bis ein Minionsfall Das endet jetzt! Alter, Warwick jetzt ne zweite Passive, oder wat? Keine Ahnung Können die dir so nett sagen Haust du einfach nur einen einzigen Ghoul rein? Ich hau dir den Dreckigen rein Obwohl, hilf mir hier bei der Kröte Da hau ich dir auch bloß den Dreckigen rein Den Dreckigen Kann das sogar von hier machen Nein War mal richtig Schrein hier Arschkrampel It's time to hunt It's time to hunt Wo bleibt die Kröte? Da kommt sie Da kommt sie Da kommt sie Na Ich bin die Lacher so dreckig von ihm Von wem? Von Yorick? Von Yorick mir auch Oh, was ist das? Wie ist das? Was ist das? Das war's Wie ist das? Blöck Ich bin nicht Ich bin nicht Ich rede wieder nicht viel, keine Ahnung, aber dank dem neuen Jungle sollte man auf jeden Fall bei der Schildkröte anfangen, also was heißt Schildkröte, äh bei dem Frosch, denn der gibt ja jetzt dann so einen Buff, unten links seht ihr dann Unsere Moku hat es gut hingekriegt Oh, da kriegt er einen ins Gesicht, hab Oh ne, sie hat es probiert, aber Ah, hätte ich Ignite mit, ne, dann hätte ich das schon gemacht Ja, da seht ihr es, Mite ist dann auch direkt wieder ab, wenn er einen Frosch gemacht hat, Blue, und dann hat Jungler oben, ohne Flash Echt? Den haben die eigentlich als Jungler, Akmaokai Na, triffst du, triffst du? Hallo? What the fuck? Ari? Kein Charme? Ari will wohl nicht, Ari macht wohl die Looks freihändig und so, hinterm Rücken festgebunden Na, das sieht man gerade, eben hat er sich von Leib Jetzt hab ich nicht aufgepasst, da hab ich die Telefotschläge Ähm, nein, der hat die Gneiss Ja, ist das dein Leben überlebt? Nur auf jeden Fall mit WW, ein W-Decken Ahhhh, da hat der Marokai mein Fröschlein gemacht Und sogar den River, oh, ein guter Marokai Ja, du bist auf jeden Fall jetzt schon klar im Vorteil Du musst ja einfach mal deine CS anschauen, gegen Poppy What the fuck? Du hängst ja hinterher Moakai war ja auch oben Hm Hm Der enemy has been slain, unser Graves? Ähm, unser Graves sei schon, ne? Hm, unser Israel macht wohl seine Sache wieder recht gut? Also sprich, ist Spotlane eigentlich safe? Hier, wir werden definitiv auf dieses Jungler-Item gehen Okay, äh, der ist ja richtig schnell Okay, wir sind ja auch schon Level, äh, fast 5 Hm, aber ich frag mich wirklich, was die da mit dem noch gemacht haben Weil so wie es aussieht, ist er eigentlich nicht gut geworden Weil so wie es aussieht, ist er eigentlich nicht gut geworden Boah, mit WW ist das so easy, äh Und ihr werdet sehen, wenn wir das Jungler-Item haben Dann wird sogar noch vieler, äh, noch einfacher So, wie sieht's denn aus bei dir, Torty? 31, 46, Pulsier ein Ja, ich penetriere sie, ich hab jetzt meine Träne Ah, sie hat halt trotzdem die Schaden raus Moment, ich komm Wuhu Und die Poppy noch Du hast mich geworfen, die da ist Egal, bis heute, ja Ja, ja Kriegt ihr die noch? Kriegt ihr sie noch? Ja, okay, oder? Boah, Torty, komm Oh, ich hab keine Ah, ich hab keinen Assist mehr bekommen dafür Ähm, ja, Ari, ich geh Ja, okay, komm Ali, die Saver Scheint wohl der Ali richtig gut zu spielen wohl, ne? Aber meine Ulti eigentlich noch bei dir drauf? Ja, ja Ich hab's erst, ähm, Sekunden später erst, äh, gecheckt Und dann kannst du deine Ulti machen, oder was? Ja, ja Sehr nice Ich hab keine Ahnung, was Poppy da zusammenkauft Wieso? Okay Ich bin scheiße, ja Jetzt hab ich einmal komplett Mana raus Geh zurück, teleportier mich vor Und kann sie weiter penetrieren Ja, eventuell deinen Teleport für unten benutzen Obwohl, jetzt hat sie gut gepusht Besser ist es, wenn du dich jetzt eventuell runter teleportierst Schau's dir mal an Hm Hm Harry ist da, Efrain kommt auch Sehr schön Gehen wir doch einfach mal schnell Den Drake mal Solorn Der hat mich weggekickt Der hat mich weggekickt Okay 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 Okay, das war gut von denen Nur, wo ist unsere Arian? Okay, die ist down Aber Ich bin direkt ins Getümmel, war bitte uncool Ja, ja, das hab ich gesehen Aber Ich frag mich Ach man Town stun unterbricht den Scheißdingen Smite-Vorgang Da der Marokai mich direkt angejumpt ist Du kannst nicht Smiten Wie sieht's unten aus? Ich glaub ich geh mal runter Wie sieht's unten aus? Harb Es hat nur Spaß Ja Redaktion Ah, jetzt gibt's extra Attack Speed, oooohh Baseball, ich kann Jaws Schauen wir mal nach, ob der den Bühel da ist. Ah, ein schönen Luchs hier oben. Leck mich drum auf. Habt ihr jetzt gerade gesehen, der Tech-Speed. Der Tech-Speed ist einfach nur OP. OP, op. Na komm. Aber wie hat jetzt ein Blue? Ja, ich baue jetzt halt direkt auf Witzend. Erstens skaliert das mit der Ulti. Und zweitens sind wir so schnell im Jungle fertig. Da kann sogar ein Laner sozusagen nicht mithalten. 4-Mann-Bot-Lane. Ihr seht jetzt schon, wie schnell das geht. Ohne irgendetwas. Hm, Ari. Ari, du hast es auch noch gesehen gehabt. Mal ehrlich. Wie geht mir die Poppy hier hoch? Wir sind ja Wub individuell ab. Oh. الإsis derritionen Viere Uhr. ja wir haben nur den popeligen Mantel und wir können immer noch hier extrem aushalten warum? neben Minion stehen, live raken, ok erst in einer Minute mein Freund, ja genau das brauch ich noch, ok naja ich weiß es, mein Freund, ich weiß es ich brauch den Smite eigentlich gar nicht mehr wirklich, wenn dann benutze ich den Smite nur noch um zu ganken warum? damit die nicht von mir weglaufen können oh, wie fehlt immer noch um na, was ist das jetzt mit der Ari? was ist da los? ich weiß es nicht warum dümpeln die jetzt alle da rum? ich habe keine Ahnung ich habe keine Ahnung und Ari? naja, ich hatte gerade einen DC, aber ok ja, guck mal, warum rupt sie jetzt da rein? warum? einfach mal ganz kurz um zu sterben ich kann das ja nicht sagen, aber warum gehst du jetzt auch noch da rein? weil ich drinne war nimmst du wenigstens noch einen mit? wenn ich eigentlich der Ari helfen will eigentlich ja 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 der Marker ist hier Ah, Israel jetzt auch da! Wow! Aber unsere... Na, Ari, die ist irgendwie ein bisschen neben der Spur. Ja, jetzt komm ich extra hier runter. Ja, ich wollte den ein bisschen byten. Israel stand hier direkt daneben, deswegen konnte ich das dann noch machen. Ja, direkt? Ich glaub... So, jetzt gehen wir direkt auf Tankable. Denn die Idee braucht es nämlich noch mehr Items. Die zwei Items reichen schon vollkommen aus. Meine Uli, die hat auch auf S gesessen. Ja, sie ist schön reingezimmert, ja. Hat sie zwar nicht gebraucht, aber okay. Ja, irgendwie machst du jetzt gar keinen Schaden mehr, wa? Ich hab leider keine Ulti. Ach, du hast... Du hast Minge, Ari! Dann mach ich den. Guck mal, wie schnell der Scheiß-Ding runtergeht. Ja, hätte sie getroffen, wäre deiner gewesen, Ari. Wie sieht's mit Poppy aus? Was hat die eigentlich da für Items? Ah, die mach ich noch, aber... Die erwischt halt ganz selten allein. Und die ist oben gerade alleine? Naja, ich bin... aber erst am Laufen. Ja, dann mach ich sie halt. Ich mein, das fachst. Die haut ganz schön was raus, ne? Das Q tut weh. Neiiiin! Dir gesagt, das Q tut weh. Ne, die hat mich ignited gehabt. Das hat mir... äh... Hat mir am meisten wehgetan. Aber ich glaub, du solltest mal Mitte gehen. Ne, tot. Ja, okay, dann push, push, push. Danach müsstest du aber dennoch zurück und den Mitte... äh, Mitte Tower dann deffen. Nehmen wir denn eigentlich da für Boots, für Boots. Was? Si, ich war spannend, die dürfen mit 2... Haha. Die pushen irgendwie nicht. Das war jetzt irgendwie komisch von dem. Ist doch ganz gut. Hier unten ist jetzt irgendwie, jah... also die rede ist jetzt alles da ist weil am anfang sah das richtig gut aus im baum richtung akte oben ja 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 du solltest du solltest hier auch runter kommen weil es das gleich wieder dringend zeit alt da arie zum geier macht die arie poppy ist unten poppy ist unten ja schon unterwegs geiler wort wuuhhhhhh Leute Ulti falsch erwischt wen hast du denn geulti'd den Alistar den Alistar hat er jetzt Ulti auf mich gemacht gehabt oder auf Israel geht keine ahnung noobs sagt er also er und ich wir sind die einigen mit positiven Stats ok nicht mehr ja ich hab mal welche aber äh was sag ich da Israel ist nicht positiv aber unser Alistar rennt einfach immer nur so blöd rein was macht denn die denn jetzt könnt ihr nicht einfach mal Oho, bad damage! Not suicide, please! Was hat die probiert? Gut, jetzt wird's schwierig, die Dorn zu kriegen. Ja, Ari, lass es lieber. Deine Plays waren auch nicht gerade mal besser. Da bin ich jetzt mehr gerade genervt als gefrustet von so einer Person angemacht zu werden. Warte mal, wie viel hast du? Nein, okay. Jetzt kommt eine Leona. Mh, mhm, I Smell the Ste... Oh, sie geht doch schon wieder rein. Ich versteh's nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ich habe die Ulti auf Ezreal gemacht, aber... Wohin rennt die Ari? Was macht die Ari? Kein Kommentar. Warum gibt es welche dumme Idioten, die... Weißt du dir noch selber die Schnauze so weit aufreißen? Ja, die... Einen Supporter, der selber schon verkackt? Ja? Alter, haut den Schaden raus. Oh, ich spiele dann ein bisschen mit ihm. Okay. Warte mal Matze. Ähm... Lass mal schnell Barron machen. Zu zweit. Naja, das bringt gar nichts jetzt. Doch. Glaubst du mir, die werden auf jeden Fall versuchen, Barron jetzt zu rushen, damit... ...wir schön dessen müssen? Da steht ein Wort, habe ich dir dahingestellt. Kannst ja auch... äh... ...dain... ...Porten. Kommst du? Ja, ich bin direkt. Okay, lass, 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 die sind da ja. Es red r MILJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Na, ein bisschen zurück Schau mal, warum geht da auch dann echt noch rein? Ach man, das wars auch schon wieder mit meiner Promo Nur wegen welchen gottverdammten Plastic, sag ich jetzt mal Plastic League hier von der Super-Ari Boah, ich hab keine Ahnung Komma Gut, das Konjurings erstmal zurück Ach ja Ich versteh gar nicht, wie die Botlander Ja, ähm Am Anfang haben die ja... doch, ich mein, die haben für's Kill gemacht Oh, da wurde Der Graves muss raus, aber Naja Poppy hab ich ziemlich schnell rausgeholt, das war ja kein Thema Aber den Rest, da kann ich du nicht machen, was ich will Das ist einfach nur... Hirnbefreites... Dummes... Umgegimpfe Umgegimpfe Ja... Aber mir war alles lässig oben auch, ne? Ja, das ist meistens so, man gewinnt selber die eigenen Lanes, ja, aber... Die anderen, ne? Na ja Haut rein! Ciao, ciao!